hallo liebe zuhörer und zuhörerinnen des alles hautklar podcast eurem podcast rund um skincare und andere dinge die mit der haut zu tun haben in der heutigen folge möchte ich ganz gerne das thema sonnencreme basics aufgreifen und natürlich auch meine persönlichen erfahrungen einfließen lassen und falls ihr jetzt fragen solltet warum ich gerade jetzt über dieses thema sprechen möchte anfang märz aber die sonne kommt so langsam raus und auch der uv index klettert so langsam nach oben in manchen bereichen deutschlands liegt da mittlerweile bei circa drei je nachdem wo man sich eben befindet und ab diesem uv index empfiehlt das bundesamt für strahlenschutz auf uv schutz zu achten unter anderem auf sonnencreme fangen wir als erstes mal mit dem sinn und der funktionsweise von sonnencreme an und dazu ist erwähnenswert dass unser sonnenlicht unter anderem aus uv strahlung besteht und die für uns relevanteste strahlung ist die uva und die uvb strahlung beide formen können das hautkrebsrisiko erhöhen beide formen können sonnenbrand verursachen und genau hier setzt die sonnencreme an die enthält so genannte uv filter die in der lage sind eben diese uv strahlung aufzunehmen und in unschädliche wärme umzuwandeln was die uv filter angeht wird grundlegend in organische und anorganische uv filter unterteilt es gibt auch noch organische partikel artige uv filter aber da würde ich jetzt nicht so im detail drauf eingehen ich kann auch sehr sehr gerne noch mal eine extra folge zu uv filtern machen falls euch das interessieren sollte aber könnt euch einfach im hinterkopf behalten dass jene uv filter einfach dafür sorgen dass die uv strahlung absorbiert wird und in für uns unschädliche wärme umgewandelt wird das hat natürlich den vorteil dass das hautkrebsrisiko reduziert wird dass wir vor einem sonnenbrand geschützt werden können und natürlich hilft eine sonnencreme auch dabei vorzeitiger hautalterung vorzubeugen natürlich spielen bei sonnencremes nicht ausschließlich die uv filter eine große rolle sondern die gesamtformulierung des produkts denn hierbei ist es eben auch wichtig dass die sonnencreme sich gleichmäßig auftragen lässt dass sie einen gleichmäßigen film bildet und dass sie sich auch in der entsprechenden menge ohne probleme auf der haut verteilen lässt da gibt es bei manchen marken definitiv noch luft nach oben ich zumindest habe mit einigen produkten eher negative erfahrungen gemacht was eben die entsprechende menge betrifft ich habe dann zum beispiel einen gramm davon im gesicht aufgetragen und das hat sich komplett runter gekrümelt oder andere produkte wiederum waren so fettig dass sich da ständig irgendwelche insekten drin verfangen haben wie ihr seht ist dieses thema relativ komplex vor allem was die vereinbarkeit von alltagstauglichkeit und formulierung der sonnencreme angeht denn manche produkte lassen sich einfach in der benötigten menge nicht so gut auftragen oder passen nicht zu den persönlichen bedürfnissen und die auftragsmenge ist ja auch wahnsinnig wichtig denn unsere sonnenschutzmittel sofern sie von einem seriösen hersteller stammen werden in der eu nach einer standardisierten methode getestet bei der einfach auch eine ganz bestimmte menge aufgetragen wird und die muss man selbstverständlich dann auch für sich übernehmen um den deklarierten schutz auf einem sonnenschutzmittel zu erhalten fürs gesicht ist es beispielsweise circa ein gramm also man sagt so im schnitt ein gramm fürs gesicht das ist ungefähr ein halber teelöffel wobei es auch extrem darauf ankommt was für ein produkt ihr habt ob es sehr flüssig ist ob es sehr cremig ist es gibt auch diese zwei finger methode da trägt man was von der sonnencreme auf den zeige und den mittelfinger auf und das gibt man dann sozusagen aufs gesicht drauf aber das ist eben jetzt nicht die genaueste methode um das rauszufinden weil es auch arg darauf ankommt was für ein produkt ihr verwendet wie gesagt ob es sehr flüssig oder sehr fest ist und natürlich auch wie eure finger so sind also ob die recht kurz oder recht lang sind übrigens falls euch mein podcast bisher gut gefallen sollte und ihr meine aufklärungsarbeit finanziell unterstützen möchtet würde ich mich sehr darüber freuen wenn ihr entweder ein skincare produkt von mir erwerbt oder aber eine patreon mitgliedschaft abschließt dort existiert sogar die möglichkeit einen early access zugang zu neuen podcast folgen zu erhalten ich packe euch alle links in die beschreibung mit rein dann könnt ihr dort easy peasy vorbeischauen und dann war es das mit der kleinen unterbrechung dann gibt es noch ein paar hilfreiche informationen wenn ihr einen blick auf die verpackung eurer sonnencreme werft ich habe hier gerade eine tube mit spf 50 in der hand und spf steht für sun protection faktor sprich sonnenschutzfaktor und sagt hauptsächlich etwas über den schutz vor uvb strahlung aus in diesem fall würde das bedeuten dass circa zwei prozent der uvb strahlung ungehindert auf unserer haut treffen und dann findet ihr auch noch so ein kleines uva siegel auf eurer sonnencreme sofern sie in der eu hergestellt wurde und sofern sie von einem seriösen hersteller kommt das ist wie ein kleiner kreis und dann steht dort uva drin und das bedeutet dass der uva schutz mindestens einem drittel des uvb schutzes entspricht ihr dürft nicht vergessen dass es eben auch wichtig ist sich nicht nur vor der uvb strahlung sondern auch vor der uva strahlung zu schützen die übrigens auch für vorzeitige haute alterung verantwortlich ist und bei einer sonnencreme mit einem spf von 50 plus würde das jetzt zum beispiel bedeuten dass der uva schutz bei mindestens 20 liegt was wiederum heißt dass maximal fünf prozent der uva strahlung ungehindert auf die haut treffen ich weiß dass es als so ein bisschen abstrus und schwer vorzustellen deswegen nehme ich da immer sehr sehr gerne das bild der mücken stiche also stellt euch vor ihr steht in einem raum die fenster sind offen und 100 mücken fliegen rein diese 100 mücken stehen für photonen also diese energiereichen teilchen der uv strahlung die dann eben auf die haut treffen können und diese schädigen können und die sonnencreme stellt das mücken netz dar und je nachdem wie gut die schutzleistung dieser sonnencreme ist dementsprechend ist auch das netz enger geknüpft und weniger mücken können sozusagen reinkommen und bei einer sonnencreme mit einem uva schutz von mindestens 20 heißt das halt dass fünf mücken reinkommen und euch definitiv stechen und wenn jetzt halt ein uva schutz von zehn habt dann kommen halt zehn mücken rein und stechen euch definitiv von diesen 100 mücken und so ungefähr könnt ihr euch versuchen die schutzleistung eurer sonnencreme vorzustellen eventuell fragt ihr euch jetzt vielleicht ab wann es den sinn macht die sonnencreme wieder aus dem schrank zu holen und dahingehend gibt es unterschiedliche empfehlungen das bundesamt für strahlenschutz beispielsweise empfiehlt ab einem uv index von drei auf uv schutz zu achten dazu gehört nicht nur die kleidung sondern auch die sonnencreme den jeweiligen uv index eures wohngebiets könnt ihr bei den meisten wetterdiensten abfragen und dann entsprechend agieren aber es macht durchaus sinn regelmäßig auf sonnencreme zurückzugreifen zum beispiel wenn ihr vorzeitige hautalterung vorbeugen möchtet wenn ihr das hautkrebsrisiko reduzieren wollt wenn ihr zum beispiel hautprobleme haben solltet oder wenn ihr unter einer hautkrankheit leidet denn uv strahlung kann auch akne triggern oder aber auch rosacea oder wenn ihr bestimmte skincare produkte benutzt wie zum beispiel peelings in form von säuren oder irgendwelche mechanischen peelings dann macht es durchaus sinn sonnencreme regelmäßig zu verwenden da wir natürlich der uv strahlung tagtäglich ausgesetzt sind jetzt möchte ich noch ganz gerne ein paar persönliche tipps mit euch teilen denn ich habe in meiner laufbahn einige sonnencremes ausprobiert und der erste tipp ist wenn ihr wisst dass ihr am wochenende wandern geht oder eine fahrertour macht dann tragt am besten eine wasserfeste sonnencreme auf diese info findet ihr auch auf der verpackung eurer sonnencreme und die wasserfestigkeit wird von unabhängigen instituten getestet und dann geschaut inwiefern man das so ausloben darf bei wasserfester sonnencreme ist es einfach so dass sie einen stärkeren film auf der haut bilden kann und dadurch weniger zum abhubbeln neigt dennoch empfehle ich euch wenn ihr viel schwitzt oder wenn ihr mit einem handtuch über eure haut drüber gegangen seid dass ihr die sonnencreme erneut auftragt um die lücken zu schließen und wieder einen gleichmäßigeren film auszubilden trotzdem ist das natürlich kein freifahrtschein dafür in der sonne stundenlang zu bruzeln denn ihr füllt wirklich nur die lücken auf und verlängert damit nicht die dauer die ihr in der sonne bleiben solltet da die haut auch weiterhin eben mit den folgen der uv strahlung zu kämpfen hat und wir sollten sie einfach dieser nicht unnötig lang aussetzen müssen dann solltet ihr euch auch einen lippenpflegestift mit uv schutz zulegen denn die haut unseres lippenhoots ist viel dünner als beispielsweise im gesicht und somit anfälliger für die uv strahlung was ihr auch keinesfalls vernachlässigen solltet ist der schutz durch kleidung sonnenhut sonnenbrille aber auch einfache verhaltensweisen wie zum beispiel dass man nicht in der prallen mittags sonne hocken sollte und auch verinnerlichen dass keine sonnencreme hundertprozentig schützen kann und dass es eben auch kaum menschen gibt die ihre sonnencreme perfekt auftragen können und falls es euch wichtig sein sollte dass eure sonnencreme nicht diesen typischen weißen schleier auf der haut erzeugt dann schaut euch die zusammensetzung eures produkts an dreht die verpackung rum und dann findet ihr dort hinter dem wort ingredients die einzelnen bestandteile eurer sonnencreme und falls dort der inhaltsstoff titandioxid und oder zinkoxid gelistet wird dann ist die wahrscheinlichkeit relativ groß dass diese sonnencreme weißelt jetzt sind wir mittlerweile am ende meiner podcast folge rund um das thema sonnencreme grundlagen ich hoffe inständig dass ich nichts wichtiges vergessen habe weil ich das so ein bisschen frei von der leber weg erzählt habe und hier nur so einen kleinen stichwort zettel mit fünf punkten vor mir liegen habe ich packe euch einfach wie immer alle infos in die beschreibung rein ich habe auch auf meiner webseite etliche informationen rund um das thema sonnenschutz und auf meinem instagram account kläre ich sehr sehr regelmäßig darüber auf und auch auf meinem youtube kanal existieren einige videos dazu und dann hoffe ich einfach dass ihr etwas für euch mitnehmen konnte dass ihr etwas neues lernen konnte oder dass ihr vielleicht euer wissen so ein bisschen auffrischen konnte und würde mich natürlich riesig freuen wenn ihr diese folge mit euren kolleginnen freundinnen oder lieblings menschen teilt damit meine arbeiten kleines bisschen mehr aufmerksamkeit bekommt und dann hören wir uns beim nächsten mal dann sehen wir uns beim nächsten mal dann sehen wir uns beim nächsten Mal